Willkommen zurück. Wir haben das jetzt eingenommen. Die Gemeinnacht hier oben, hier lang, hier lang und dann zu Longinus. Außer ich habe jetzt irgendwas, womit ich auf die Gegend fliegen kann. Guck mal gucken. Ja hier ist ne Dings. Das ist wahrscheinlich... Ja, das gehört. Oh was, ich bin da hinten, da hinten. Scheiße, da hätte ich auch fliegen können. Fuck, gehen wir nochmal wieder nach oben. Und fliegen dann von da oben. Ähm... So. Warte mal nochmal nach oben. So. So. Ui. Ui. Wo war... Was ist das da jetzt? Scheiße. Die Idioten fallen da auch natürlich runter. Ich habe ein bisschen mehr Leben, sind da das? Hallo? Ne. Ach, hier war das. Ich kann auch nochmal nach oben klettern. Hier habe ich noch nicht gesehen. So. Wo ist das? Da hinten ist es. Okay. Drei, zwei, eins. Jalla. Was ist ein Bucke? Ach komm, wenn wir schon da sind. Du hast mich gerettet, danke dir sehr. Und den nehmen wir wieder gerne. Okay, hier sind wir dann das Buckepengelang zu machen. Das war nicht das wir machen heute. Mal gehen. So. Dann glaube ich erst das ein, oder? Bisschen weg nach oben, wahrscheinlich hier nicht. Okay, da fahren wir mit dem Auto. Fahren wir mit dem Auto, ist glaube ich ein bisschen einfacher. Ja. Hallo. Ja, da kannte ich die Stimme. Ja. Natürlich. Ich weiß gar nicht. Ja. 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 Oh mein Gott, oh mein Gott, fach. So, das war natürlich immer wieder mit dem Kameracamp angezeigt. Fuck. Komm mal da oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. 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 Oh scheiße. Oh mein Gott. 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 Steineblatt umdrehen! Wo kam das hier? Ich seh mal nach! Jetzt füllt mal zu! Wo sind denn die? Neue! Verschickt! Ach, die Hunde gehören auch dazu! Ja, gut zu wissen! Schön! Kann ich hier unser Fleischfahrrad auffüllen? Ich weiß nicht, ob er braucht! Ah, ich kann noch viel tragen! Okay, gut zu wissen! Oh, ich hab neun Punkte! So! Oh nein! Nein! 600 Meter! Komm mal, Alter! Ah, mein Auto dahin ist, glaub ich, schneller! Wir buggern ihn und ich bin nicht erfreulich! Alter, stopp! Da ist was zum Fliegen gewesen! Wo ist es? Warte mal, da war doch kein Platz zum Fliegen! Da ist es! Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie! Da ist es! Ich will nicht haben! Ja, was einfacher! Dankeschön! 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 Nähern uns eurer Position. Ich gehe nach unten! Was war das denn? Okay, alles klar. Da haben die mich gesehen, das ist doof. Ich wollte eigentlich von Dings zu Dings fliegen. Scheiße. Warte. Aber du kannst es genau erkennen, unten und links an der Karte, dass wir je noch nichts entdeckt haben. Ich werde es nachaushauen. Ich habe keine Zeit für euch. Ich wollte es nachaushauen. Ich habe keine Zeit für euch. Ich wollte es nachaushauen. Dankeschön. Ich glaube, wir sollten uns noch mal heilen, oder? Ja. 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 Ähm. Fokus? Ja. 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 Das ist ja nicht genau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, dann gehen wir mit dem. Ich hab mir das Maschinengewehr. Check. Das ist unser Kampf. Ich gehe vor. Geh zum Nerven. Geh zum Nerven. Geh zum Nerven. Wärmte aus und such nach Spuren vom Feind. Nee, geh. Geh zum Nerven. Ich gehe nach unten. Jawohl. Ja. 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 Es geht doch. War ja gar nicht so schwer. Also ich doof bin, dass sie nicht durch die Gegend teleportieren können, aber ich hätte nicht gedacht, dass er echt so lange gebraucht hat. Mein Gott, ey. Da ist noch ein Poster, das ich abhangen kann. So. Weg halt. Ähm. Ich will gerade mal gucken. Da oben ist es. Wir klauen jetzt mal das Auto. Namaste zurück. Guck mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Plündern Sie nicht die Leichen gefallener Royal Army Mitglieder. Warum nicht? Ihre Waffen und Ausrüstung sind Eigentum von Prager Ning. Wenn Sie diese an sich nehmen, berauben Sie unseren großen Führer. Alle Zivilisten, die beim Plündern erwischt werden. Ob sie sich nicht ein bisschen selber verarscht verkommt? Wenn Sie das so vorliest. Guck mal rein. Ja, da komme ich nicht. Du nicht. Guck mal rein. Guck mal rein. Ja. Hier ist ein Bagamin und ich bin nicht befreit. Die Royal Army verliert weiter Außenposten an die Terroristen von Dortmund. Ist ein Bär irgendwo. Auf sofort wird jedes Mitglied der Royal Army, das sich bei der Verteidigung eines Außenposten eckig eckig mit dem Tod bestraft hat. Wo ist das? Wann? Da ist das eigentlich auch nicht. Wie ist das? Oder? Okay, mal gucken, wann wir hoch müssen. Ich höre den Bär. Ah, nochmal. Mh, böse dich da beim Auge des Getrachters, wenn du die gesagt hast. Für uns ist Pagan halt böse. Auch weil der echt charismatisch ist, aber... Ach, komm, ja, da wo ich da bin? 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 Oh, das ist ein Blocker. So, Langlinos, Langlinos, kommen wir mal zu dir. Ich brauche Hilfe, bitte melden! Das machen wir auch noch mal in, wenn wir hier schon so ein Flugviech stehen haben. Dann machen wir den auch mal in. Dann fliegen wir zu lang die Nuss. Oh, ein Stopp. Ein Schweinball, glaube ich nicht mehr. So, gucken wir mal. Oh, ich bin so fliegeland. Na, okay. Taubenmeter, ja, aufhören. Was habt ihr denn da gemacht? Ich würde sagen, schade ich bitte nicht meine Farbehegel, guck dir nicht. Jetzt ziehen sie weiter an die Schnur, boah, es ist halt weg. Ich würde mal ein bisschen mehr da runter. Guck mal, da stehen doch schon welche. Aber wir können das wahrscheinlich zu Lamportlein nutzen, um direkt da oben... Der goldenen Vater stellt eine andere Bedrohung dar und reinzieht, ob das Nötigste beschränkt wird. Ich ziehe immer ein... Ich habe da noch keine Küsten mehr. Dann schalte ich wieder wieder mal hin. Okay. Okay, ist das weg? Na gut, haben wir. Oh krass. Wir gehen dann nochmal zu dem Punkt von Vanginos und dann... Die Zwei sind einfach geil. Ich glaube, ich habe das nächste Fahrt, weil... Wenn ich ganz ehrlich bin... Ich bin mal gespannt, was sie dann für ein Produkt von Vanginos machen. Obwohl ich sagen muss, der Vanginos von 6 war halt sehr langweilig. So. Im Gegensatz zu Chauzo Seed war der halt hier sehr... Ist halt der in 6 wird sehr langweilig. Aber ich fand den halt irgendwie auch cool. Der war auch gut gemacht. Ein bisschen höher. Ich anfange zu pieten, bitte. Ah, wie süß. Aha. Ja. Oh, wow. Nein, ihr habt hier! Okay, da unten ist... okay. Nein! Okay... Eine Kiste? Hier ist noch so eine... Kann aber grad nicht. Ich muss mal hier noch eine Ding einnehmen. Nein, 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 nein. So. Mal gucken, wir mal. Oh mein Gott, da kommt schon direkt so ein Fetter angelatscht. So, gucken wir mal. Was ist auch da so ein Fetter? Da oben ist einer. Da oben ist auch einer. Da ist ein Bär irgendwo. Kann ich hier den ganzen Alarm ausmachen? Sie stoppen mir an dem Gain! Was für Sie? Halt das so krass! Fieber Alarm! Mach sie kalt! Mach sie kalt! Asche! Du Asche! Das ging schnell! Da sitzen meine Katzen hinten in meinem Schrank. Yay! Oh, ich brauche ihn jetzt. Ich brauche dich noch. Und da oben ist noch so ein Ding, das ich abreißen kann. Schön! Wenn wir fast behaupten, sehen wir uns in der nächsten Folge! Tschüss! Tschüss!